und so verlieren die Zeit wer auch bei den Kläger einen Becker auf den Nachmittag alleiner vor Ort ja kommt drei in drei doch bloß ich will nur noch wünschen doch leider darüber gewinnen ich weiß aber was zeigt ihr denn alle verdammten Todsengel euer Inhibitor wurde zerstört ich bin erst in 34 Sekunden da komm Ash kriegt es her oh na toll greift Meister Yi an Meister Yi Meister Yi Meister Yi oh warum wollt ihr den mit dem wenigen leben wenn da noch andere sind oh scheiß auf die Wacke da die kleinen Basalen killen wir hauen uns ein nächstes platt 10 ich bin gleich wieder da Scheiß ich bin tot man wir schaffen das wir haben es drauf nice so ein richtig aggressiver ja ne so ein aggro spiel nein wir werden verlieren Nebo wir haben verloren wir haben verloren wir haben verloren verloren haben wir nein das wollen wir das wir löschen das nicht oder naja kann man sehen wie blöd das ist wenn man kein Team ähm play macht ja leute ich hab gesagt die ganze Zeit wir machen gleich noch ein play oder also noch ein 3 gegen 3 machen wir mal gegen bot ne bots sind lame ja was machen wir denn 3 gegen 3 oder ja das waren 5 pro die haben die alle gespielt wir hatten nur 2 die nicht so gespielt haben wie wir es wollen oder wie ich es wollte ja super machen wir jetzt noch 3 gegen 3 oder war es das mit der Aufnahme ist mir eigentlich egal ne ja leute dann machen wir nochmal 3 gegen 3 und dann ja wir sehen uns dann gleich ne oder ach musst du jetzt so aufladen ok bis gleich nein